Hallo meine Freunde, wir sind wieder da, frisch geduscht. Und ich bin nicht allein, ich habe mir einen Freund wieder mitgenommen. Ja, es ist Florian! Yeah, what's up? Ja, gut, dass du gekommen bist, steht hier, sagt uns das Spiel schon mal. Dieses Mal ist es ein Test des Charakters. Okay, gehen wir mal weiter. Denk immer daran, dass der Tod enggültig ist und nichts wird gespeichert. Okay, komm schon, wach auf, du musst anfangen. Ja, also das ist ein Add-on von Amnesia, es heißt Amnesia Justine. Das ist egal, nehmen wir irgendeins. Weil es ist halt, keine Ahnung, ich habe, wenn jemand Amnesia startet, ist bei mir unten so ein Just, da steht Justine. Und ich habe mich immer gefragt, für was das ist. Und jetzt habe ich mal drauf gedrückt und dann habe ich gesagt, hey, Flo, machen wir mal, können wir doch mal machen und so. Und dann habe ich mal nachgeschaut, um was das so geht. Ja, ich habe es auch auf Deutsch gestellt. Und jetzt fangen wir einfach an und werden gleich wieder hier reingesogen. Und ich werde diesmal leider nicht vorlesen und ich werde es mir selber durchlesen und dann werde ich euch ein bisschen dazulabern. Und der Gette hilft, oder Florian, der hilft mir, Tatenkräfte zur Seite. Oh mein Gott, wo sind wir? Ja, ganz genau. Da, das ist. Oh mein Gott, das Justine Monster. Ja, was ich noch sagen wollte, wir sind eine Frau. Und warum wir sind, weiß ich auch nicht, da ist es. Oh mein Gott, oh, jetzt sind wir umgefahren. Oh, 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 oh. Okay, dann stehen wir mal auf. Oh, wir drehen schon wieder am Rad. So. Und da steht, ich glaube, wir müssen hier kurbeln, das weiß ich. So. Bienvenido. Du bist jetzt聴igst zu den sonn von meinen disembodierten Voice. Es wird dir nicht umgelegende Ruhe sein, für mich zu schildern. Denn das ist eine Voice vom Army. Ich bitte Sie willkommen zum meinem Cabinet für Perturbation. Es ist mein Studium der Menschen psychische Specifically, deine. Einечение von Derechnungen hat sich vorbereitet, um dich zu zappen in den Häusern zu hören. er hat nach oben wird der abwarten darin borte nur wenn sie den extenen die genannten er in der oberen wir erfahren hat dass wir irgendwie von seiner psychologen Tante eingesperrt worden sind Ich habe die Lateine genommen und es ist so dunkel. Wo geht's denn? Ah, da ist ein Fenster, da schaue ich mal durch. Wow, das ist das Monster, das Justine-Monster, oder? Aha. Ja, wo geht's hier dann? Oh, pfff, 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 pfff. Also irgendwas stinkt hier. Sättest ihr? Nein. Also das bin ich. Naja. Irgendwas schmied ich, höre es. Justine-Monster, ich nenne es das, Justine-Monster ist da unten. Es schmiedet irgendwas. Es schmiedet fünstere Pläne. Acht, geht's auch weiter. Gehen wir da. Ja, wie gesagt, ich habe es über Deutsch übersetzt. Sonst geht es jetzt stehen. Aufgenommen, Broken Ladder. Aufgenommen, Leiter, das ist ja das Coole. Weil das ja eigentlich Englisch ist. Das Game, diese Add-on. So, hallo. Gut, gut. Dann haben wir hier ein Fass. Das schmeißen wir mal hoch. Und was haben wir da? Eine, eine. Aber diese Musik ist echt krass. Ja. Wie wird das im zweiten Teil? Oh mein Gott, das ist auch ein... Das sieht so... Ach. Ach, schau, ich spiele euch jetzt was vor. So, ich stelle das Ding hier so hin. Ich kann doch hier dieses Ding auch nehmen, gell? Boah, das ist... Deine Telekinesenkraft. So, warte, ne, jetzt... Du, 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 du. Ey, das kann ich nicht so... Ich kann nicht so... Krass, ey, was? Ja, das könnte ich so benutzen, aber so 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 zum Beispiel, das Just Team hat das einen angeschraubten Kopfhörer zum Ausdruck. Ja, ja. Die Vorteile, die die Chinesen, Alter. Es rührt sich nicht, okay. Okay. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Zuri. Okay. Irgendwie sieht es ja aus, als ob... Sie haben hier an den Händen, äh, an den Wänden geschaut. Es ist ja so, als hätten die Versuch wie Minecraft Blöcke abzubauen. Oh. Da fällt mir was Lustiges ein. Was denn? Holly L.P. hat gesagt, das passiert, wenn man, äh... Oh. Ach so da? Was machst du denn da? Was passiert, wenn man was tut? Ja, wenn man Minecraft Nerds einsperrt. Okay. Ah, ich glaub, das ist schon zuerst, die müssen wir irgendwie retten, aber... Ah, ich glaub, das ist schon zuerst, die müssen wir irgendwie retten, aber... Also, ich... Okay. Na, bevor man das machen, schauen wir noch alle Räume durch. So, was ist denn hier? Alter, ist das dunkel. Ich seh gar nichts. Und Öl haben wir auch nix. Hättest du denn gemacht? Hä? Was hättest du denn gemacht mit diesem Stein? Nein. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ach, du weißt es nicht. Forgive me. Oh mein Gott. Okay. Justin, meine Liebe. Ich weiß, ich bin nicht so talentiert wie Malo oder so stark wie Basile. Aber ich bin mir sicher, dass meine Liebe von ganzem Herzen kommt. Sagen dir das nicht schon meine Narben? Ich werde mich so lange weiter schneiden, wie du möchtest. Ich würde sogar Basile umbringen, wenn du es wünschst. Ich weiß, du sagst das. Es dir gefällt, aber es tut mir weh. Ich werde ihn überlisten und dann an das Bormint essen lassen. Was ist das? Oh mein Gott. Ich werde helfen. Du musst mich nur darum bitten. Alloisi und irgendwie so. Oh mein Gott. Ein kaputt. Ja, wir waren jetzt überall. Den schmeißen wir mal dort. Vielleicht müssen wir irgendwie so was machen. Okay, was ist hier? Oh mein Gott. Oh, was passiert jetzt? Oh mein Gott. Die Bibel! Ah! Sie frisst sich ins Fleisch! Ah! Hey! Ah! 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 Diese Bibel. Hey, da oben ist eine Tür, die klemmt offen. Was passiert mir nicht? Das ist der Sommer? Das passiert nichts. Hey, vielleicht passiert da was, wenn ich diesen Stein... Ja, ja, ja. Ich versuchte, ich überleg da schon, wie der vielleicht passiert. Hm. Hm. Ja, vielleicht muss ich so springen. Komm schon. Oh. Irgendwie muss ich das denn noch schaffen. Ah, das sind noch Kisten. Das sind noch Kisten. Das sind noch Kisten. Oder... Was passiert? Ich will den nicht... Es ist nicht zu früh, um Dinge richtig zu setzen. Okay, einmal. Was ist das jetzt? Oh. 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 Oh, oh. 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 Okay. schein ist das heißt okay okay dann wo ist unser stein der stein der weisen vielleicht wo ist unser stein wo ist unser stein der steine da liegt doch jetzt schamke ich hier so drauf und dann das ist es so dass sie mit leiter vielleicht ich glaube ich weiß es ich muss irgendwer wenn ich hier nicht das weiß ich zufälligerweise ich hab's aber trotzdem ist er jetzt nicht gelöst wenn ich hier noch mal drücke dann zerfleischt kommt diese spitze und zerfleischt diesen armen kerl wie bist du gekommen ja ich glaube wir könnten unsere komische gebrochene leiter dort irgendwie anhängen deswegen baue ich hier eine verstehst du was ich meine so und jetzt muss ich auch komm schon okay okay ich glaubte brauche ich nur aber schauen wir einfach mal wenn ich jetzt sind komm schon vielleicht auf der anderen seite oder muss ich noch höher okay aber ich weiß bloß dass wir ein mädchen sind vielleicht nehme ich einfach mal so ein fass wo ist das mädchen aber stark schon gell weil wir hätten hier so und okay dann setzen wir das hier drauf ich baue jetzt hier so professionelle treppe ich glaube ich nehme einfach das teil stell es hier dann so als protest hier hinten und jetzt mein schick schon gut den ersten haben schon mal liebend gerettet wo es sind jetzt ist wieder ist das sein fischer auf 19 ich glaube schnell schnell oh mein gott was ich macht auch da geht's raus oder komm schon rennen 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 was hat sich da verfolgt keine ahnung und hier ist blut und da können wir mal nicht du es wird sich nicht ok und was ist hier sieht aus wie ein alt zahram oder folter raum vielleicht wissen ohne sind wieder zeichnungen und was ist das und das ist es ist das wort gehört keine Ahnung naja machen wir es kaputt so an jetzt sie ist ein bisschen kalt deswegen tun wir so anschauen schimpf heute kennt jetzt kommt man sie jetzt mal die zum brand mal es ist ok denn dies mehr mal was wir hier haben das ließ ich nicht glaubt vor hier Das war's. auch kennt also wenn sie jetzt gelesen hat es als irgendwie hat irgendwer ist mit dem dringend wollte ich kann es für ihn was passiert jetzt und jetzt jetzt sicher auch nichts verändert aber ein paar hier ist ja so ein Kram und das wird das sagt dann jetzt bestimmt wieder was ok wir fangen jetzt gerade an das ist wie es so ja könnte fast sein ein bisschen anders zu töten wo geht es dort lang eine roh eine farbene Tür dann müssen wir irgendwo in die Bibliothek das keller geschoss war in der zeit der ersten revolution weit über das herrenhaus hinaus erweitert worden justin durfte es nicht ohne erlaubnis betreten aber jetzt gab es niemand mehr den sie darum hätte bitten müssen sie hat ihn umgebracht jetzt wieder ein kram auf das ist von meiner was da warum bewegt ok wir es gibt keine das dunkel und wir sehen gar